Wenn man sich das Video genau anguckt, wo ich da sitze, müsste man an meiner Körperhaltung, an meiner Gesichtsausdrucksfarbe und an meiner Anspannung merken, dass ich den größten Durchfall meines Lebens habe. Porsche ist anders als Ferrari zum Beispiel. Ich sitze da während der Show und denke mir die ganze Zeit, alter Schwede, gleich kacke ich mir live im Fernsehen in die Hose. Ich hab scheißen müssen, das kannst du dir nicht vorstellen und da habe ich das erste Mal gemerkt, was eine Live-Show bedeutet.